Hallo und herzlich willkommen zu Übungsblatt 9 und zu einem weiteren Thema im Rahmen von verzeigerten Strukturen komplexer verkettete Listen. Hier bei den V-Übungen auf Übungsblatt 9 sehen Sie schon ein erstes Beispiel, das uns gleich in den Folien auch wieder begegnen wird. Wir sehen uns jetzt als erstes eine alternative Implementation der Klasse MyLink List an. Im letzten Video zu einfach verketteten Listen haben wir Klasse MyLink List implementiert, um die Klasse Link List aus der Java Standard Bibliothek nachzuimplementieren. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die Klasse Link List in der Java Standard Bibliothek so implementiert ist, aber es ist eine plausible Vermutung, dass sie zumindest ungefähr so implementiert ist. Wir werden jetzt aber Klasse MyLink List nochmal implementieren, nach einer völlig anderen Logik, wie Sie hier schon an diesem ersten Bild sehen. Warum? Einfach um Ihnen zu demonstrieren, dass es durchaus für dieselbe Klasse unterschiedliche Implementationen im privaten Bereich gehen kann, grundsätzlich unterschiedliche Implementationen und dass es durchaus eine wichtige Designentscheidung ist, welche dieser möglichen Implementationen wir wählen. Das hat Konsequenzen in diesem Beispiel hier etwa für das Laufzeitverhalten, für die Zeit, die die einzelnen Methoden der Klasse beanspruchen werden. Also wie lange es dauert, bis zum Beispiel ein Contains oder ein Add oder ein Remove tatsächlich dann seinen Dienst getan hat. Wir werden diese Klasse aber jetzt nicht vollständig durchimplementieren, auch nicht so halbwegs wie Klasse MyLink List im letzten Video, sondern nur kursorisch betrachten, weil hier kommt es nur auf das Prinzip an, es kommt nicht auf die Details dieser Klasse an. Etwas mehr zu den Details finden Sie dann im systematischen Durchlauf in dem zugehörigen Foliensatz. So, Sie sehen hier schon einiges. Sie sehen hier, wie die Struktur intern prinzipiell organisiert ist. Sie sehen wieder eine Liste hier, auf die Head verweist, auf das erste Element der Liste verweist Head. Sie sehen aber, dass wir nicht einen Schlüsselwert, nicht ein Element der abstrakten Liste jeweils in jedem Listelement haben, sondern ein ganzes Array von Schlüsselwerten. Das heißt also, in einem einzigen Listen-Element können mehrere Schlüsselwerte stehen, so viele wie das Array groß ist. Sie sehen, der Einfachheit halber muss nicht unbedingt sein, aber der Einfachheit halber sind alle Arrays gleich groß und es gibt eben keinen Grund, sie nicht gleich groß zu machen. Und was Sie hier auch sehen, diese grauen Komponenten jedes Arrays, das sollen die Komponenten in jedem Array sein, die tatsächlich für die Liste gerade Benutzungen sind. Also, hier das erste Listen-Element, hier soll das allererste Element der abstrakten Liste drin sein, hier das zweite Element, hier das dritte Element und so weiter und so fort. Dann, wenn wir hier zu Ende sind, gehen wir mit den Elementen hier im zweiten Array weiter und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn Sie sich die grauen Komponenten konkateniert, also zusammengefügt, vorstellen, dann sind das die Elemente der Liste in der Reihenfolge. Gut. Wenn wir jetzt durch die Liste durchlaufen wollen, dann brauchen wir im Gegensatz zur ersten Elementation im letzten Video zwei Informationen, um das Element in der Liste zu identifizieren, auf dem wir gerade in unserem Durchlauf stehen. Wir brauchen natürlich wieder das Listen-Element, aber in jedem Listen-Element gibt es ja nicht nur einen Schlüsselwert, sondern so viele, wie wir hier graue Komponenten haben. Das heißt also, wir brauchen noch zusätzlich den Index des Elements, auf dem wir jetzt gerade stehen, das wir gerade während unseres Durchlaufs besuchen. Und Sie sehen, solange wir da mittendrin sind, das war jetzt das Element, das wir eben betrachtet haben, und Fortschaltung bedeutet einfach nur, dass das i um 1 erhöht wird, sodass also innerhalb des Arrays das nächste Element dann durch p plus i durch diese beiden verschiedenen Variablen dann identifiziert wird. Das geht so einfach, solange i nicht auf das letzte Element verweist. Was passiert, wenn i auf das letzte Element verweist? Na ja, ganz einfach, p muss dann zum nächsten Element gehen und i muss wieder vorne anfangen. Und da sehen Sie hier, p ist zum nächsten Element gegangen, p gleich p.next, wie wir das bisher immer gesehen haben, und i fängt dann in diesem grauen Bereich der tatsächlich verwendeten Array-Komponenten dann wieder vorne an. Und dann geht es so weiter, wie wir es eben auch gesehen haben. Nach dem Index 0 geht es dann weiter mit Index 1, mit Index 2 und so weiter und so fort. So, jetzt wollen wir ein Element einfügen und solange noch weiße Komponenten in diesem Array drin sind, solange also noch Platz im Array drin ist, um weitere Elemente einzufügen, ist das Einfügen ganz einfach. Wir schieben alle grauen Elemente, die nach dieser Position, wo wir einfügen wollen, einfach eins weiter und dann fügen wir ein. Problem ist aber, wie Sie jetzt hier sehen, die Situation, wenn das Array voll ist und dann wollen wir eigentlich noch ein Element einfügen, genau an dieser Position. In dem Fall würden wir tatsächlich die Liste um ein Element erweitern. Da, wo jetzt ein Element war, sind jetzt zwei Elemente. Wir verteilen vielleicht die einzelnen Komponenten des vollen Arrays auf beide Arrays gleichermaßen. Und jetzt sind wir wieder in der Situation, dass wir genug Platz haben im Array, um ein Element einzufügen und genau das machen wir dann auch. Entfernen eines Elements ist auch im Prinzip ganz einfach. Wenn ich dieses Element an dieser Position hier entfernen will, dann kann ich einfach das nächste Element hier hin kopieren, an die Position, wo das Element entfernt werden soll. Das zweitnächste Element an die nächste Position, das drittnächste Element an die zweite Position und so weiter und so fort. Problem ist auch hier wieder die Situation, der Randfall, wenn jetzt der umgekehrte Randfall beim Einfügen war natürlich der Randfall der, dass das Array, in das wir einfügen wollen, voll ist. Jetzt ist der Randfall der, dass das Array, wo wir einfügen wollen, leer ist. Und was passiert dann? Dann wird einfach dieses Listenelement mitsamt seinem ganzen nunmehr leeren Array aus der Liste ausgekoppelt, wie wir das bei der einfach verketteten Liste gesehen haben, wie das funktioniert. Gut, damit haben wir diese alternative Implementation der Klasse Link List so weit betrachtet, wie wir sie hier betrachten wollen. Wie gesagt, weitere Details finden sich im systematischen Durchgang durch den Stoff in dem entsprechenden Foliensatz. Hier gehen wir jetzt auf das nächste Thema über doppelt verkettete Listen. Es ist manchmal sinnvoll oder notwendig, dass wir durch eine Liste nicht nur von vorne bis hinten durchgehen können, sondern auch genauso gut von hinten bis vorne durchgehen können. Ja, bei einer Liste, bei der wir in manchen Situationen von links nach rechts und von anderen Situationen von rechts nach links durchgehen wollen. Und da bietet es sich natürlich an, das zu tun, was Sie hier auf diesem Bild sehen, nämlich nicht nur einen Next-Verweis zu haben, der auf das nächste Element verweist, sondern genauso gut einen Verweis, der wird meistens Previous oder Back, oder Back-W für Backwards genannt, der dann auf das jeweils vorhergehende Element verweist. Also wenn Sie so wollen, haben wir zwei Listen ineinander. Die eine geht von links nach rechts, die andere geht von rechts nach links. Und das sieht dann hier auch am Ende der Liste genauso aus, wie wir das bisher auch gesehen haben. Natürlich gibt es von null keinen Verweis zurück auf das letzte Element. Und hier am Anfang der Liste würde man hier dann auf null verweisen mit dem Rückwärtsverweis, weil das ja das erste Element der eigentlichen Liste ist ja das letzte Element der ungedrehten Liste. Ja, am Ende der Liste würde man natürlich auch einen Einstiegspunkt wie Head einsetzen, damit man gleich ans Ende kommen kann und vom Ende bis zum Anfang der Liste so durchlaufen kann, wie man das mit Head vom Anfang bis zum Ende machen kann. Das Einfügen in so eine doppelt verkettete Liste ist einfach das Einfügen in jede der beiden Listen für sich genommen. Sie müssen also, wenn Sie so wollen, einerseits den Code hernehmen, wie wir es für die einfach verkettete Liste haben, um dieses neue Element, das Sie einfügen wollen, hier in die Vorwärtsliste einzufügen und sozusagen gespiegelt mit dem anderen Verweis dasselbe nochmal mit der anderen Liste machen. Und beim Entfernen ist es dann auch so, dass Sie das Element aus beiden Listen entfernen müssen, so wie wir das bei der einfach verkehrten Liste gesehen haben, hier diesen Verweis, das Element überspringen lassen und entsprechend spiegelsymmetrisch dann umgekehrt in der anderen Liste. Nicht unerwähnt bleiben soll zyklische Listen. Häufig will man zyklische Listen haben in Situationen, in denen man einfach sozusagen bis ins Unendliche hinein immer wieder dieselbe Liste durchlaufen will, wo es zwar einmal einen Eintrittspunkt gibt, aber es wird immer und immer und immer wieder durchlaufen. Das sind so typische Situationen, zyklische Prioritätslisten beispielsweise. Denken Sie an das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, die Prozesse, die auf einem Prozessor im Computer laufen sollen, sind so eine zyklische Liste, wo ein Verweis immer auf das Element zeigt, dessen Prozess aktuell verarbeitet wird und wenn der seine Zeit aufgebraucht hat, dann geht es beim nächsten weiter, geht es beim nächsten weiter und so weiter und so fort. Und wenn das letzte Element fertig ist, geht es beim ersten Element wieder weiter. Also eigentlich gibt es gar kein erstes oder letztes Element oder so etwas. Es gibt einen Einstiegspunkt, aber ansonsten sind alle Listenelemente gleichberechtigt, ohne eigentlich eine Reihenfolge erstes, zweites, drittes Element und so weiter. Bis zum nächsten Mal.